wir sind immer noch ziemlich gut gejagt werden gerade gejagt sie wollen uns alle noch immer tot sehen unseren lieblingssniper warte mal, dann mach ich das mit dem sniper gewehr hammer down nicht ganz logisch weil ich hab dem eigentlich nur einen ellbogen gegeben ich habe mich nicht so gut ich bin 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 So, er ist mal tot. Gut, den Hafenmeister haben wir. Das nehmen wir mit. So, die Munition brauchen wir hier. Aber wir brauchen immer noch... Wir müssen noch einige Jungs töten. Wir müssen auch den korrupten Hafenmeister töten. Ich weiß nicht, wie viele Gegner wir noch haben. Drei vielleicht, mit ein bisschen Glück. Okay, der Hafenmeister sind da unten. Vier wahrscheinlich. Ich glaube, mit ein bisschen Glück müsste der eigentlich da unten sein. Ich glaube, ich habe der genau auf den Kopf gesetzt. Ja. Der war nämlich nur auf gelb. So, der ist tot. Slim kriege ich den Hafenmeister von hier. Ne, kriege ich nicht. Was ist denn? Wo zur Hölle schießt der? Da unten. Den hat es gewischt auf jeden Fall. Gut. Jetzt wollen wir uns den komischen Hafen verziehen. Sie wissen immer noch nicht, dass wir hier unten mittlerweile sind. Das muss La Terza sein. Der Hafenmeister. Willst du, wenn du dich enttöte? Schleiche ich mich jetzt an den Typen an. Ich glaube, wir sind ja jetzt hier. Hau ab, bleib mal hier. Ich mache das aber nicht mit dem Schafschutzgewehr. Ich mache das mit meinem G. Das ist mir lieber. Das war's. Der Hafenmeister. Geh, schichte. Sonst nichts. Oh, da kommt noch einer. Die Frage ist, wo? Ja, hier unten. Das ist alles. Okay. Weiter geht die Weise. Wir wissen auf jeden Fall, wo Gegner sind. Hier haben wir noch ein Minimum. Hier haben wir noch ein paar Gegner rum. Das ist klar. Komm nicht hier rein, ne? Shit. Das ist ja auch alles zu einfach. Irgendwann muss ja doch noch was sein. Der Suchscheinwerfer, natürlich. Dann ist der andere da oben. Das ist der Schafschütze. Ja. Das ist sein Schafschütze auf jeden Fall. So, wenn der... Dann nehmen wir noch mit in den unten. Der guckt so schön nett um die Ecke. Dann nehmen wir den da. Dann sage ich mal kurz Hallöchen, mein Freund. Der auch down. Der nicht. Schade. Komm mal. Ist mal gut da unten. Schüsse. Dann haben wir dann auch erledigt. Den Jungen. So. Natürlich sitzt da hinten noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf Leute. Da oben ist ein Leuchtturm. Oh, das ist ein, äh... Ist das ein, äh... So, sicher, sicher. So. Supi. Sie wissen, dass ich hier unten bin. Also, dass wir nicht hier unten, sondern hier oben bin. Ähm. Da sehe ich gerade noch einen, der da jetzt irgendwo auf uns zukommen könnte. Das sind Minimum zwei. Tja, Leute. Das ist schon scheiße, wenn man sich von einem einzigen Mann komplett auseinandernehmen lässt. Das ist schon... Ich bin zWhat? Ich bin. Hör, 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 hör. Okay. 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 Fuck. Okay. Wo ist denn der eine noch? Ich bin von oben gerade auf. Hat der mich nicht gesehen. Das ist nicht wahr, ne? Da braucht er erst mal 5 Minuten lang mit dem Scheiß-Ding noch rum. Tschüss. So, ich mach jetzt. Ja, guck mich mir die ganze Zeit anzuschießen, mein Freund. Level 7. So, ich mach jetzt. Ich hab einen Moment gewartet. So, das war ein Offizierskill. Glück gehabt. Also, ich. So. So, ich hab' ein Verfrütes über ein Herzgeschenk. So, jetzt muss ich den Typen noch töten. Der ist oben. Jetzt habe ich dich... Oh Gott sei Dank. Ich glaube, wir haben alle. So, jetzt habe ich mal Ruhe. Oh Gott sei Dank, ey. Was für eine Mission. Aber sie macht definitiv Laune. Das muss ich mal so anmerken. Oh, ne, ne Munizu hier gerade. Zeigt's. Nehmen wir alles mit. Dann weiß ich jetzt nicht, wie viel wir noch drüben haben. Zumindest mal einen sehe ich gerade spontan auf der Map. By the way, abgesehen von den Typen, die mir noch so auf der Map angezeigt werden. Oh Gott, das sind noch mehr. Das sind noch fünf. Okay. Da hinten. Doch, der hat's auf die Zahl erledigt. Tod. Herzschot. Tod. Tod. Noch zwei. Ja. Noch einer. Und tot. So, war's das jetzt, oder kommen da jetzt irgendwie noch 2000 andere Leute? Nö. Das war's. Das sind alle. Wunderbar. Oh, äh. Upsi. Nicht jetzt so wieder verreckt, wenn ich die ganzen Gegner schon down habe. Ich glaube, ich müsste eigentlich alles gekleert haben, ja? Das sieht jetzt sehr netzlich sein. Hm. Alles mit dem natürlich hier. Und umsehen werden wir uns dann im nächsten Part.